Hallo und herzlich Willkommen bei Animal Crossing. Ich habe mich umentschieden aus paar Gründen und es tut mir auch leid, dass ich erst heute die Videos nachhole, weil ich hatte halt viel zu tun und so. Und ja, da habe ich mir gedacht, heute kommen dann einfach mehrere Videos und da habe ich mir gedacht, mach ich ein Überraschungsvideo und das ist Animal Crossing. Wie ihr bereits seht, ist hier die Stadt schon groß geworden und ja, heute knallen wir uns um. Heute, na die Blumen sind da, ok. Was machen wir denn heute? Wir machen heute einfach mal einen Plan. Wir gehen mal hier hin, ja, da fehlt noch ein Stuhl. Vielleicht können wir Holzsack mal unter den Stuhl hin machen oder zwei Stühler. Und ja, deswegen, ich habe gedacht einfach, da kann man vielleicht ein Video machen und so, aber ich gedacht, mache ich es. Und damit die Aufrufzahlen hochgehen und so, dachte ich mir halt, dass ich es so mache. So. Wo fangen wir denn am besten an? Aber wir fragen erstmal, wie viele Sterne die Insel jetzt hat und so. Und diese Folge wird aber nicht so lange gehen, aber es kommen, wir haben noch mehrere. Habe ich euch hier jetzt versprochen. Mhm. Okay, dieses Video wird höchstens 10 Minuten gehen und ja, ich bedanke mich auch für die 60 Abonnenten. Und ja, mag ich nicht mehr viel. Egal. Da müssen wir halt Geld sammeln gehen. Aber wir gucken jetzt erstmal zum Insel-Image. So. Insel-Image. Zwei Sterne. Zwei Sterne, okay. Das geht doch schon mal. Okay, wir müssen Sachen bestellen. So. Dann gehen wir mal in den Katalog. Ich weiß nicht. Um wieviel Uhr kommt denn das nächste Video? Um wieviel Uhr haben wir denn? 13.29. Dann kommt das nächste Video. Weiß ich nicht. Das geht ja anders. Ich weiß nicht. Aber das nächste kommt dann um 16 Uhr. Aber jetzt spielen wir erstmal das hier. Wie ich sagen. Okay, das könnte man denn draußen hinstellen. Ähm. Ja. Wenn eine Ahnung. Abfällt vorne. Ach, ich will ja erstmal Geld mit euch. Wir heben am besten das Ganze ab. So. So. Dann gehen wir nochmal in den Katalog. Äh. Falscher. No. Shopping. Genau. So. Abfällt drin. So. Was könnte man denn noch gebrauchen? Ich kann hier in den Katalog. Zaun. Das haben wir. Das habe ich. Die selber haben da auch schon. Klavier haben wir hier. Und Kulitur. Und das haben wir hier. noch bestellen für draußen sonnenstuhl genau nicht nur eins und zwei wasserspender haben wir auch nun fächer 3 immer könnten wir bestellen so bis gleich so da bin ich auch wieder und die sind da angekommen so oh das weiß ich nicht sorry so das angekommen das das und das schon wieder aber so jetzt gehen wir mal okay überwohner sind so ja das ist anders oh so wieder oh rasenmäher okay ja rasenmäher ist auch nicht schlecht das stimmt zack stellen wir direkt da hin wir wollen wenn dich kaka in die insel holen so fächer palme so fächer palme die kann von mir auch ja das sieht schön aus wenn hier so reinkommt und an hier so ne pflanze ist ja ein sonnenstuhl ein sonnenstuhl weiß ich nicht hier ist schon alles hier ist schon ein sonnenstuhl egal stimmt wir haben hier zwei stelle egal so dann haben wir halt noch mehr sonnenstellen ja genug eigentlich machen wir eine sonnenstelle und dann woanders so hier perfekt ja und hier wär perfekt dann haben wir im licht überall schon sachen und so so dann ist es auch besser damit wir kaka in die insel holen so ok und kaut die müssen wir auch mal das machen wir dann das nächste mal ok so hier kann ich drüber hier dann ist es gleich so noch nicht auch genug erzielen so jetzt suchen wir auch mal nur axt äh hab ich noch eine axt hm das ist jetzt die andere frage ob ich eine axt habe aber ne habe ich nicht ok schade ein bisschen wicke ist das eine wacke axt ist das eine wacke axt ja dann gehen wir mal dann gehen wir mal das war es auch mal wieder mit der erfolge wir haben auch viel geschafft hier so ein wie nennt man das zum campen sowas und oder zum einfach hinsetzen zum krähen oder so einen kräplatz einfach äh und so viel spaß gemacht und bis zum nächsten video noch heute bis zum nächsten